Ministerisches Übungsgelände oder Nationalpark? Wenn es um die Senne geht, sind die Fronten in OWL verhärtet. Kurz vor der Kommunalwahl hat jetzt auch das Verteidigungsministerium seine Haltung dazu noch einmal bekräftigt. Der parlamentarische Staatssekretär Ralf Brauksieper hat das Interesse der Bundeswehr am Truppenübungsplatz Senne bekräftigt. Das Gelände sei für die Panzerbrigade in Augesdorf, aber auch für andere Einheiten geeignet. Eine Entscheidung über die langfristige Nutzung durch die Bundeswehr gibt es aber nach wie vor nicht. Wir kennen keine Entscheidung der britischen Gaststreitkräfte dazu. Von daher gibt es auch im Bundesverteidigungsministerium zum jetzigen Zeitpunkt keinen konkreten Entscheidungsbedarf. Aber ich betone noch mal, falls es dazu kommen sollte, dass die britischen Gaststreitkräfte dieses Gelände nicht mehr nutzen wollen, wozu sie ja berechtigt sind, unverändert, falls die britischen Streitkräfte es nicht mehr nutzen wollen, sind wir daran interessiert, dass es eine militärische Nachnutzung gibt. Vertreter der CDU in OWL betonten bei dem Besuch, dass die Forderung nach einem Nationalpark-Senne vor diesem Hintergrund das falsche Signal sei.